Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität. Deshalb geht es heute um das notwendige, aus meiner Sicht harte Durchgreifen des Rechtsstaates, ebenso wie um stärkere Prävention. Denn im vergangenen Jahr wurden bundesweit 5,9 Millionen Straftaten erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das immerhin einen Anstieg von 5,5 Prozent.